In die Pilz-Farm Was? Ich mach hier nur den ästhetischen Grund Äh, die ganze ästhetische Geschichte so Mhm Oh Gott, das wird gleich Nacht Man scheiße, ich hab vergessen die Seite wieder aufzumachen Dann fährt die ganzen schlechten Witze stehen Ach Noch zu schlimm Ist ja nicht schlimm So Äh, da kommt nix rein Ach ja Dschungelholz, Dschungelholz, Dschungelholz Ne, im Baumhaus stehen die Betten nicht mehr, ne? Ähm, weiß ich jetzt gar nicht Äh Äh Ja Boah, der wird schon nächst, oder? Haha, fail Mwahahahahahaha Ja, getroffen Ja, getroffen Meine EP Okay Und dann lecken wir mal den schönen Tunnel hin Ähm Ja Deine Fresse Ich will raus Alter Ja Ja Man kann sagen Man kann sagen Man kann sagen Man geht einfach auf Erics Server und fährt mit der Minecraft U-Bad Eine U-Bad Strecke lang Ey, genau Das ist gut Anders, man versucht einfach erstmal auf seinen Server zu kommen Ja Irgendwie ist Gerade Mein Internet für den Arsch Gut, kann vielleicht da dran liegen, dass irgendwie grad mein Aufheg dich doch, scheiß Router Jetzt stell die Verbindung wieder her Ja Verbinde Ah Ähm Ja Ich bin dann gleich mal wieder da Bis gleich So Hier sind wir auch wieder, nachdem da mein Router jetzt ausgefallen ist Wird uns im Z, dass wir einen neuen bekommen Ah Und ich fahr nie wieder mit dieser U-Bahn Ich geh diese U-Bahn Strecke jetzt lang Lalalala Wieso wollte ich jetzt eigentlich nochmal hier hin? Waterbottle Ähm, da ist nichts drin, was ich suche Hier ist Ah ja, zumindest davon Kribbels Ja Nein, brauche ich nicht Nein, nein Nein Tools Da ist sie doch Nehmen wir halt jetzt hier mal kurz mit Ich bin da mal Wieder in der Mine kurz was besorgen Mhm Oh ja, das geht wieder Yay Und endlich ist mein Glas wieder glasklar Haha Ich wünsche, du konntest sehen, wie mein Auge jetzt knallt, dass jeder zuckt Haha Oh mein Gott, seitdem ich den Router jetzt neu gestartet habe, kann man sogar die Strecke einigermaßen fahren Abgesehen davon Abgesehen davon, dass das Minecraft ein bisschen spackt Tock Und das Minecraft wieder rein Übrigens sehr schlau, dass ich jetzt die Diamanten mit mir rumschlippe, wenn ich Obsidian Farmen gehe Ja Na klar, warum nicht Jo, ne Du schuldst einfach mal hier in die Kiste Ich wollte auch grad sagen, es ist sehr schlau, dass ich überhaupt noch eine Diamantenspitzhacke dafür mitschlöppe Da frage ich mich, wie will ich die bitte schon anders abbauen Mit einer Stein-Pickaxe Ja, mit der bloßen Hand, weißt du Das ist möglich, das dauert aber glaube ich 2 Minuten oder so, habe ich schon irgendwann gelesen Mhm Nein, ich werde jetzt nicht nachgucken Blobs, Blobs, Blob, 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 Blob... Blob... Blob, Blob... Blob, Blob, Blob... Blob, Blob... Ja, das sehe ich auch so Blobiii, Blobbi, Blobbi... Los, bloppt alle eine Runde mit mir Kommt her, meine süßen kleinen Blobs Achso, hast du eigentlich die Playlist am Laufen Äh, jetzt momentan nicht Okay Alter, das ist... Ich mag kleine Blobs, die um mich herum blobben. Blobt mit mir, blobt alle mit mir. Komm doch, gesell dich doch zu und so blobt eine Runde mit. Nein, ich werde nicht die verdammte Kürbischfange hinkriegen. Yay, Blobbys. Und jetzt müsst ihr alle sterben. Muah. Oh. Okay, irgendwie macht das Kaputt-Blobben weniger Spaß als das Mit-Blobben. Das ist ernsthaft jetzt neben denen rumgesprungen. Nein. Guck dir die Aufnahmen an, dann weißt du's. Lalalalalala, ich hab nicht mitgeblobbt. Scheiße, ich hab den Wassereimer vergessen. Wir sollten wieder über irgendein Thema reden. Äh. Achso, macht ihr bei euch in der Klasse oder in der Schule irgendwas mit Weihnachten? Mir? Nö. Ne, so irgendwas zum Weihnachtskranz in die Klasse stellen, Wichteln. Ich hasse dich. Ja, Wichteln ist das Unnötigste, was wir machen konnten. Damals auch schon bei uns in der Klasse. Ja, das hab ich einmal gemacht. Ne, das haben wir drei Jahre lang gemacht. Und ich muss sagen, ich hatte dreimal aus, als hätte ich mein Geschenk vergessen. Ist zwar jetzt nicht nett, aber, äh... Hallo? Gut, nach dem zweiten Jahr, dann hat, äh... Hat mir auch niemand was geschenkt, also daher. War ich sehr froh drüber. Wo laufe ich denn hier eigentlich grad hin? Oh, minus... Ah, da ist Lava. Lava. Da knickt irgendwas Lava, Stuhl. Nein. Das kannst du... Knicken. Oh. Mein Gott. Oh, und ich hab mir extra eine Hole gecraftet, und da hatte ich die ganze Zeit ein Elementar, Mann. So, und damit ich jetzt hier nicht wegtreibe, während ich vier Obsidian abbaue. Ach ja, Obsidian-Farm ist so interessant, ja. Hust. Ach ja, Obsidian-Farm ist so interessant nicht. Ähm. Würdest mich verarschen, ich hatte den Block grad abgebaut, jetzt ist er wieder da, nicht darf ihn wieder abbauen. Ja. Und ich ertrinke, obwohl ich nicht mal unter Wasser war. Jep. Ne, nix, jup. Ist so. Jep. Ah, jetzt bin ich wieder unter Wasser. Deshalb dauert das mal so lang. Ähm, und noch ein Geschein, aber ich baue noch ein paar mehr ab. Äh, ja. Äh. Äh. Interessant. Mhm. Äh, zwei weitere Obsidian-Blöcke. Wieso machst du eigentlich immer den interessanten Teil von uns zwei? Das weiß ich auch nicht. Bei mir sehen die Leute mal was von Minecraft. Ja, Sand abbauen und... Ich mein, wie machst du das bitte schon in einem Single-Player-LPC? Äh, was ist denn jetzt schon wieder? Ich hab die Schaltung weggeschickt. Ja, Sand. Ja, Sand. Äh, ja. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Ähm. Ja, zurücklaufen, mhm? Ähm. Ja, zurücklaufen. Sehe ich aus. Ähm. Ja, ich wollte ja noch nicht irgendwie da grad mir Leiter implantieren. Und jetzt hab ich natürlich auch keinen Sandstorm mehr. Ja. So hat er auch noch weg. Ähm, das ist sonst dann. Die ist aber irgendwie falsch. Der muss da sein, sonst ist, da muss nämlich Verkabelung hin. So, schon viel besser. Ähm, kannst du mal unten gleich den Knöpkes drücken? Den Knöpkes. Mr. Knöpkes, ich komme. Oh, Mr. Knöpkes. Äh, lol. Warte, nochmal. Wo bekomme ich das Zücker auf einmal her? Als noch mehr? Äh, Moment. Warte, 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 warte. Ich habe auf einmal sechs Zücker in der Hand. Ich habe dreimal draufgedrückt. Wenn ich dir sage, musst du jetzt gleich nochmal draufdrücken. Hier kommt lauter Holz. Holz, 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 Holz. Creeper. Creeper vor dem Fenster. Oh, sind zwei. Warte. Ich muss noch mal ein bisschen Holz abbauen. Ja. Warte, jetzt habe ich das letzte abgebaut. Du kannst jetzt drücken. Okay, danke. Jetzt nie wieder. Jetzt möchte ich mich was erledigen. Alter, wie viel Holz kommt denn hier rausgefallen? Wenn du behauptest, wird ein Holzknappheit. Ähm.